Kennst du schon unser Aloo Jojoba Shampoo und die dazu passende Pflegespülung Aloo Jojoba Conditioning Rinse? Diese zwei Produkte von Forever haben es wirklich in sich. Sobald du den Deckel öffnest, wird dich als erstes ein verführerischer Lavendelduft verzaubern. Denn sowohl im Shampoo als auch in der Spülung ist reines Lavendel-Aromaöl enthalten. Dies beruhigt gleichermaßen das Gemüt und deine Kopfhaut. Als Hauptbestandteil ist bei beiden natürlich unsere Forever Aloe enthalten. 40% reines Aloe Vera Gel versorgen deine Haare mit viel Feuchtigkeit, so dass sie nach dem Waschen nicht trocken und spröde sind. Durch die wertvollen Inhaltsstoffe aus der Aloe Vera wird die Haarwurzel gestärkt und das Haar zudem revitalisiert. In Kombination mit dem pflegenden Öl der Jojoba Bohne wird auch deine Kopfhaut gepflegt. Die darin enthaltenen Fettsäuren lindern Kopfhautjucken und die Vitamine unterstützen die Widerstandskraft der Haare. Angegriffene Spitzen werden also somit repariert und Spliss wird vorgebeugt. Zusätzlich verleiht Jojoba Öl dem Haar einen strahlenden Glanz. Aber das ist noch nicht alles. Im Shampoo ist zudem noch Haagebuttenöl enthalten, das durch seine Vitamine und Mineralstoffe die Regeneration der Kopfhaut beschleunigt. Besonders bei trockener oder zu Schuppen neigender Kopfhaut ist das Shampoo also ein echter Helfer. Die Spülung enthält zusätzlich noch Macadamianusöl und Sonnenblumenkernöl. Beide helfen dabei das Haar nach dem Waschen besonders geschmeidig zu machen. Dadurch wird es kontrollierbar und natürlich auch leicht erkennbar. Jetzt glaubst du vielleicht, dass diese Fülle an Inhaltsstoffen deine Haare beschweren. Dem ist nicht so, denn sowohl beim Shampoo als auch bei der Spülung wurden die Bestandteile in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander gemischt. Das Ergebnis ist gesundes Haar mit lebendigem Schwung und Glanz. Und noch eine wichtige Information für dich. Aloe Jojoba Shampoo und Aloe Jojoba Conditioning Rinse wurden vom Institut Dermatest geprüft und haben beide das Testurteil sehr gut erhalten. Dies garantiert dir beste Hautverträglichkeit und höchste Qualität. Ich wünsche dir viel Spaß und Wohlbefinden mit den Produkten von Forever.